Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5866. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die ersten drei Sonnenkollektoren sind seit vielen Jahren auf dem Haus. Danach haben wir weitere Kollektoren auf dem Dach des Anbaus installiert. Die ersten drei Sonnenkollektoren sind seit vielen Jahren auf dem Haus. Danach haben wir weitere Kollektoren auf dem Dach des Anbaus installiert. Die ersten drei Sonnenkollektoren sind seit vielen Jahren auf dem Haus. Danach haben wir weitere Kollektoren auf dem Dach des Anbaus installiert. Wir haben über 100 Brillenfassungen in einer Vielzahl von Materialien zur Auswahl. Heute bin ich schneller gelaufen als bisher. Vielleicht liegt es am guten Wetter. Das Fahrrad ist alt und rostig. Das Fahrrad ist alt und rostig. Das Fahrrad ist alt und rostig. In dieser Gegend war ich noch nie. Hier kenne ich mich nicht aus. Ich habe kein Navi und habe mich verfahren. In Afrika kamen wir den Elefanten sehr nahe. In Afrika kamen wir den Elefanten sehr nahe. Ursprünglich wurden Sparschweine aus Ton oder Keramik gefertigt. Ursprünglich wurden Sparschweine aus Ton oder Keramik gefertigt. Das Team bereitet alles für meine Show vor. Der Urlaub an der Nordsee ist immer ein großes Vergnügen für uns. Auch die Kinder lieben es hier und begleiten uns jedes Jahr. Zu den allgemeinen Aufgaben des Pferdewirts gehört der Umgang mit Pferden bei Turnieren und anderen Veranstaltungen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.